Willkommen zurück. Ich habe mittlerweile gelernt, wie man Augen malt. Okay, Spaß beiseite. Ich bin DonF204 und ja, die Bilder, die ihr gerade seht, sind ohne Gesichtsrekonstruktion entstanden, ob ihr es glaubt oder nicht. Und das werde ich euch heute zeigen, wie ihr das machen könnt. Es gab nämlich wieder ein kleines Update für unsere KI. Yay! Ich habe da wieder ein Vergleichsbild vorbereitet. Und das könnt ihr wieder in der Videobeschreibung angucken, wenn ihr das möchtet. Aber wir schauen uns das jetzt einfach mal gemeinsam an. Und da sieht man große Unterschiede. Hier sieht man die alten Bilder definitiv mit kaputten Augen, so wie man es gewohnt ist. Und hier die neuen Bilder mit sehr schönen Augen. Also es geht noch besser. Es ist noch Luft nach oben. Aber die Augen sind wunderbar im Vergleich zu vorher. Und das Ganze trifft auch auf andere Details zu. Zum Beispiel kann man hier auf der Jacke die Buchstaben überhaupt nicht erkennen. Und hier erkennt man schon ein bisschen, dass es ein M sein könnte. Die anderen Buchstaben ergeben zwar jetzt nicht wirklich Sinn. Und allgemein wird da auch niemals ein Wort stehen, weil die KI kann das halt einfach nicht. Aber die feinen Details sehen schon ein bisschen besser aus. Und gerade bei kleineren Gesichtern auf Fullbody-Bildern sieht man vorher komplett zerstörte Gesichter. Man kann eigentlich kaum erkennen, dass das wirklich ein Gesicht darstellen soll. Und mittlerweile sieht man da wirklich sehr gute Fortschritte bei unserer KI. Und wie das Ganze geht, zeige ich euch jetzt. Klickt einfach auf den Download-Link in der Videobeschreibung und ladet euch diese Datei herunter. Wenn ihr das gemacht habt, kopiert ihr euch diese in folgenden Ordner. Ihr geht ganz normal in euren Stable Diffusion WebUI Ordner, ganz normal bei Models und Stable Diffusion rein. Und hier kopiert euch das Ganze rein. Nun funktioniert das aber noch nicht. Wir müssen das Ganze noch mit einem der Modelle verknüpfen. Ich verknüpfe das Ganze jetzt einfach mal mit V1.5 Prunet. Und das mache ich wie folgt. Ich benenne die Datei einfach um, so wie das Checkpoint hier oben heißt. Also V1-5-Prunet. Und dann mache ich das Punkt Checkpoint weg. Also das Punkt CKPT. Das mache ich weg. Sonst hat es ja dieselbe Endung. Ich ändere die Endung zu Punkt VAE.pt und drücke Enter. Ja, das bestätigt ihr einfach. Und dann haben wir hier zwei Dateien, die gleich heißen, aber eine andere Endung haben. Dann startet ihr das Programm einfach ganz normal, wie ihr es gewohnt seid. Wichtig, startet es im Notfall neu. Okay, das ist immer besser. Und anschließend können wir hier unseren Checkpoint auswählen, unser Model. Wir wählen also V1-5-Prunet.Checkpoint aus. Wenn ihr dann das neue Model laden wollt, dann wird automatisch auch das neue VAE mitgeladen. Was das genau bedeutet, erkläre ich ein andermal. Aber jetzt seid ihr eigentlich im Grunde startklar. Wenn ihr jetzt Bilder generiert, dann werden diese mit dem neuen VAE generiert und sehen in den Details besser aus. Das Problem an der Sache ist jetzt allerdings, dass wir nur die 1.5-Prunet mit der neuen VAE geladen haben. Und die anderen Modelle damit nicht geladen werden. Das heißt, die anderen sehen noch schlecht aus. Sagen wir es mal so. Und wir wollen ja, dass alle Modelle, egal welches wir hier oben verwenden wollen, dass die alle schön aussehen. Und das lässt sich ganz einfach beheben. Wir schließen erst mal das Programm und gehen in unseren Stable Diffusion WebUI Ordner. Unter Models, unter Stable Diffusion, wo wir das gerade reinkopiert haben. 1.5 oder V1-5-Prunet.VAE.pt. Das nennen wir jetzt einfach um. Zum Beispiel zu newVAE.VAE.pt. Nennen wir um. Und dann Rechtsklick als Pfad kopieren. Wir kopieren uns den Pfad. Das geht natürlich auch anders. Ihr könnt auch Eigenschaften. Und dann seht ihr hier den Speicherort. Und müsst dann noch Schrägstrich und den Dateinamen noch hinten ran fügen. Das werdet ihr gleich sehen. Nachdem wir die Datei umbenannt haben, gehen wir einfach zurück. Zurück zu unserem Hauptordner. Dort zu unserer Windows-Batch-Datei. Die gehen wir auf Bearbeiten, um die mit dem Texteditor zu bearbeiten. Und fügen jetzt set-command-line-args ist gleich ein neues Argument hinzu. Und zwar minus minus VAE minus A. Und fügen den entsprechenden Pfad, den wir kopiert haben, hier einfach ein. Und das Ganze sieht dann wie folgt aus. Ganz normal der Speicherort. Und dann am Ende der Dateiname. Das Ganze können wir dann schließen. Und wenn wir das jetzt neu starten, das Programm, wird er automatisch jedes Mal, wenn wir ein neues Model laden, wird er automatisch die neue VAE laden. Das werdet ihr gleich sehen. Ich zeige euch das. Und dann ist das Ganze eigentlich schon fertig. Mehr müsst ihr nicht machen. Und ab jetzt könnt ihr im Grunde immer mit besserer Qualität arbeiten. Bessere feine Details. Genau. Und hier lädt er dann automatisch die neue VAE. Hier ist dann auch ganz normal der Speicherort, Dateiname, der Pfad eingefügt. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr das natürlich dann auch entsprechend mit allen Modellen durchführen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel laden möchte das Model 1.4, dann wird das auch ausgestattet mit der neuen VAE. Gut. Und wie ihr seht, er lädt ganz normal auch die VAE mit. Und ihr könnt jetzt auch mit dem 1.4 Model, könnt ihr jetzt loslegen. Direkt mit dem neuen, verbesserten Augen oder beziehungsweise verbesserten Details könnt ihr direkt loslegen. Das funktioniert natürlich jetzt auch mit dem Inpainting. 1.5 Inpainting, wenn ihr inpainten wollt, macht er genau das Gleiche. Er lädt wieder die neue VAE. Und er hat wieder die neue VAE geladen in das Inpainting Modell hinein. Gut. Was haben wir jetzt eigentlich getan? Was ist die VAE? Die VAE ist ein Variational Autoencoder. Das Ganze sieht dann in der Praxis ungefähr so aus. Es ist eine leicht versimpelte Darstellung, die ich jetzt für euch angefertigt habe. Aber ungefähr so könnt ihr euch das vorstellen. Wir haben ein Input-Bild, ein Encoder, ein Decoder und ein Output-Bild. Und in der Mitte ist der Latent Space. Was der Latent Space ist, erkläre ich vielleicht mal ein andermal. Und wofür das Ganze gut ist, was da passiert, etc. Wichtig für uns, Encoder und Decoder. Die Bilder werden nämlich in der Größe komprimiert. Also nicht in der Auflösung, sondern die Datei wird komprimiert. Und anschließend wieder dekomprimiert. Damit wir mit einer komprimierten, kleineren Datei arbeiten können. Beziehungsweise die KI das kann. Das passiert dann im Latent Space. Da wird quasi gemalt. Das ist ein bisschen komplizierter und erkläre ich vielleicht ein andermal, was tatsächlich im Latent Space passiert. Aber ungefähr so könnt ihr euch das vorstellen. Das Problem an der Sache beim Encoden und Decoden geht natürlich Qualität verloren. Da müssen wir nicht drüber reden. Das ist ja selbstverständlich. Das Ganze ist KI gesteuert über ein neurales Netzwerk. Und diese Encoder und Decoder-KI muss trainiert werden. Und diese wurde jetzt neu trainiert. Vorher sah das Ganze halt so aus. Mit einem völlig kaputten Bild am Ende. Oder was heißt völlig kaputt? Mit einem Bild, wo die Details vielleicht nicht ganz perfekt sind. Und das ist quasi die neue Variante. Ungefähr so könnt ihr euch das Ganze vorstellen. Natürlich ist das hier auch nicht perfekt. Und eigentlich kommt hier auch ein völlig anderes Bild rein. Und ein völlig anderes Bild raus. Ihr wisst ja, wie unsere KI funktioniert. Da kommt links nicht dasselbe rein, wie rechts rauskommt. Wir wollen ja neuen Content kreieren. Das Ganze ist wie gesagt extrem versimpelt. Aber ich denke, ihr versteht worum es geht. Es geht darum, dass der Encoder und Decoder, dass das trainiert wurde. Und wir jetzt bessere decodete Bilder erhalten. Bessere Outputs auf gut Deutsch. Mehr ist es im Grunde nicht. Das ist jetzt sehr versimpelt erklärt. Aber ich denke mal, für euer Verständnis wird das Ganze reichen. Tschüssi lieb. Bis zum nächsten Mal. Und danke nochmal an meine Channel-Members im Tier 2. Nafrayu und Mr. Drachenteufel. Danke für den Support.